Hallo Leute! Herzlich Willkommen auf den Gastronomgaming und Leute Spiegelmann. Wie ihr ihn hier sehen könnt, habe ich auch schon wieder vier ganze E-Mails und hier will einer an die... Äh, hier will einer, ähm, dass wir die Wände abreißen und ich bin ja bekannt für die Wände abreißen. Und ja, von daher machen wir das natürlich auch und reißen die Wände bei ihm ab. Könnte natürlich auch noch sein, dass wir irgendwas anderes machen müssen, aber das ist ja nicht so schlimm. Und da legen wir auch direkt los. So, stark. So, zerstöre die Wände. Genau, hier abreißen. Ich bin ja bekannt, die Wände abreißen. Von daher machen wir das natürlich auch. So. Und weg damit. Weg mit der Schuldenwand. Auf nimmerwiedersehen. Auf nimmerwiedersehen. So, jetzt reißen wir hier noch diese Wände ab. Jetzt. Aha. Perfekt. Bam. 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 Batz. Und auch nochmal Batz. Ähm, die Tür, weiß ich gar nicht, soll ich die... Ja. Perfekt. So, dann diese Wand abreißen. Bam. 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 So, machen wir das hier auch nochmal weg. Man, das ist übelst laut, ey. So. Weg mit der Wand. Weg mit der Wand. Der blöde Scheißwand. Warum wird das rot angezeigt? Hm. Ach so, weil die es schon weg ist. Weg mit der Wand. Lass mich auch weg. Batz. 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 Oh, ein neuer Fähigkeitspunkt. Dann ist es schnelleres Abreißen. Ja, natürlich. Wind, solange ich mich dafür brauche. So. Hier einmal rein. Hier einmal rein. Hier. So. Bam. 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 Bam, Junge. Weg mit der Wand hier. Erstmal schön hier aufbeißen. So. Dann muss ich diese blöde Scheiß Tür wieder verkaufen. Aber das ist ja noch nicht schlimm. Das Gute ist, die fallen hier immer direkt ab, wie man hier sehen kann. Also da braucht man nicht so ewig. Hier braucht man halt wieder 200 Jahre. Aber schön von unten nach oben. Äh, von oben nach unten. Äh. Mann, ich verspreche mich immer wieder hier. So. Schön hier die Wände abbeißen. Brauche eh kein Mensch hier. Wobei, wenn ich hier wohnen würde, glaube ich, würde ich das tatsächlich aufbeißen wollen, weil das ist ja der Schatz. Also hier so diese Wand zwischen. Also, bitte. Irgendwann. Deutschland natürlich, aber... Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher. So, weg damit. 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 Bam. Bam. Und das ist ja auch weg. So. Warte, hängt da jetzt hier noch was? Ich gehe mal aufs Sofa, weil wir dürfen das wahrscheinlich. Okay. Jetzt müssen wir warten, kurz bis es spawnt. Dessen, dass der immer kurz wegschiebt. Damit wir hier die Wände abbeißen können. So, bitte spawnt. Ah, weg. Perfekt. Perfekt. So. Also das habe ich fertig. Was soll ich denn jetzt noch machen? X. Reichen mit dem Farben schläfriges Blau an. Scheint soll ich hier wieder... ...streichen. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist doch schon blau. Warum soll das denn noch mehr blauer gemacht werden? Kann man das verstehen? Hoffe nicht. Mann, dass man hier nicht springen kann, ey. Also man kann springen, aber ich meine, wenn man da nicht hochkommt. Naja, dann streichen wir halt einfach erstmal hier diese weiße Wand. Vielleicht soll ich auch nur die weiße Wand hier streichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier über dieses Blaue... Ach, doch, ich muss über dieses Blaue streichen. Warum soll das denn jetzt auf einmal blau werden? Ich habe doch schon den ganzen Zeit blau gemacht werden können. Naja, egal. Ist auch besser so. So. Weg mit dem weißen Wand. Ah, jetzt habe ich die Hälfte schon fertig. Aber ich bin hier kein schmaler Spur. Mach natürlich 100%. Wo geben wir denn? Und einmal hier drüber streichen. Waren. Jetzt. Aber diesen Tipp, ne? Der geht so einer. Der macht es mir auch lieber. Jedes Mal kommt der wieder. Braucht ihn auch gar nicht. So. Fertig. Verkaufen. Verkaufen. So. Ach so, das ist so ein Spiegel-Dingsbums. Ich dachte gerade, hä? Warum kann man denn da durchgucken? Aber das ist nur so ein Spiegel. Aha. Ja, aufgrund fertig. Spenden. 100% erledigt, würde ich sagen. So, und jetzt kümmere ich mich mal um mein Gebäude. Seitdem ich habe noch diese Sachen, die ich da benutzen kann. So, was soll ich jetzt erst mal gucken? Wenn ich jetzt... Ey. Ne, ich habe diese zwei Dinger immer noch. Kann ich immer noch nicht dran machen. Ist doch Mist. Aber, was ich machen kann, eine neue Tür. Oh, 12. Ah. Ich finde ja eigentlich... Hier... Mal später noch ein Fenster. So. Ja, ich brauche erst mal die weiße Farbe nochmal. Wobei... Bei mir machen würde, ist... Farbe, Farbe, Farbe. Warte, ich gebe einfach... Orange. Oh. Hey. Was ist das denn? Ja. Jetzt. Wir haben ja 40 K. Wir können das. Später will ich mir eh... Vielleicht ein anderes... Freude holen. So. Weichen wir das hier an. Mein Fenster öffnen? Ne. Natürlich kann ich mein eigenes Fenster. Das ist schon schade. Ich lasse hier auch noch orange streichen. Zack. Zack. Und dann hier auch nochmal einmal drüber. Nochmal. Zack. 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 Ich würde hier diese zwei Wände auch noch orange streichen. Weil die ja auch noch so im Bereich hiervon sind. Zack. 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 Jetzt... Keine Wände. Warte. Kann ich... Kann ich... Kann ich nicht. mal verkaufen. Und eine neue Haustür will ich jetzt holen. Haustür... Äh... Dann halt nur... Tür... Eingangstür... Dann... Aha. So. Eingangstür. Ja. Warte. Ich muss hier kurz... Verkaufen. Eingangstür. Eingangstür. Ein. Eingangstür. Eingangstür. so, jetzt ist die D benutzen, komm, perfekt, ja passt doch, ne passt nicht, ist das denn jetzt hier so draußen, scheint aus, ach egal, kann man jetzt eigentlich Fenster noch kaufen, also ein Fenster wäre ich ja hier vorne wieder, Fenster, hier, so ein, der soll nicht hier hin, hä, ich lasse das so, sondern hier noch so ne Badezimmer für Badezimmertür, ja, doch, das sieht schon geiler aus, ja, das sieht schon besser aus, weiß nicht, ob die Tür hier so reinpasst, keine Ahnung, gucken wir da mal, naja, ich würde sagen, das war's mit dem Video, wenn's euch gefallen hat, lasst mal gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da, schreibt auch gerne den einen oder anderen Kommentar, schaut auch auf meinem Discord-Server vorbei, wir sehen uns im nächsten Video, äh, im nächsten Video-Video, haut rein Leute, euer Stando, ciao, ciao. Outro